Die Glühwürmchenspur führt tatsächlich zu diesem Windsteuerungsgerät hin. Da hört aber die Spur ja auf. Also ich bin richtig der Spur gefolgt. Hier soll es einen versteckten Pfad geben. Also bei dem Windsteuerungsgerät gibt es wohl einen versteckten Pfad, der irgendwo hinführt. Und den habe ich noch nicht gesehen. Tja, wo gibt es hier einen versteckten Pfad? Götterstatue? Also... Zurück zum Dschungel-Eingang. Der Weg ist echt gespannt. Gespannt. Also... Hm. Also hier sehe ich keinen versteckten Pfad. Tut mir leid. Oder hier. Guckt mal da. Von Glühwürmchen erleuchteter Geheimweg. Der mächtige Piratenjäger spürt seine Beute anhand einer deutlichen, Glühwürmchen anziehenden Spur auf. Aha. Okay, das wusste ich nicht. Das ist das legendäre Dschungelbeast von Flotsam Island? Aha. Die arme, fleischfressende Stinkbombe scheint starke Schmerzen zu haben. Eine Löwenpfote. Oh, schau dir das an. In den Zähnen, ähm, Dornen der armen, fleischfressenden Pflanze steckt eine stinkende, faulende Löwenpfote. Beweg dich nicht, kleiner Freund. Ich hole dieses eklige Stück Fleisch da... Vielleicht machen wir das mit dem Haken. Komm schon, Pflanze. Her mit der Pfote. Wenn dieser Mund weiter so nach mir schnappt, kriege ich die super stinkende Pfote nie. Okay. Hier haben wir noch Knochenreste. Das hilft doch... Ja. Okay, wir müssen... Das Maul zukriegen, ne? Oder können wir vielleicht die mit einem Stück Fleisch ablenken? Was zum... Es ist leer. Was? Der ganze Sack war doch eben vor... Ah, vielleicht auf dem kaputten Bein. Hier, Junge. Wow, das sieht unbequem aus. Aber wenigstens schnappt er nicht mehr nach mir. Das ist gut, dann kannst du erst in die Foto nehmen. Keine Angst, du kleine Abscheulichkeit. Dr. Guybrush wird alles wieder gut machen. Hab dich. Wie geht's? So etwas Ekelhaftes habe ich in meinen ganzen Piratenjahren noch nie gerochen. Und ich habe gerade erst ein paar Tage in einer riesigen Seekube verbracht. Das stimmt. Ich bin mal wieder mit, ja. Okay, jetzt haben wir das Dschungelbies kennengelernt und wir haben jetzt eine Löwenpfote. Was machen wir damit? Diese Löwenpfote stinkt schlimmer als die Nackenfalten meiner Schwiegermutter. Ja, das ist toll. Vielleicht ist die Löwenpfote ja krankerweise auch wieder eine Zutat für den Schwamm. So. Eine Kleinigkeit habe ich dann noch nachher geguckt, gebe ich zu. Weil ich wollte wissen, was es mit dieser Paparoni auf sich hat. Und ja, wir hätten einfach mal das Schild, glaube ich, anklicken sollen. Genau wie damals bei diesem Volcano Shots Wettbewerb. Wir können da, also Wettbewerb teilnehmen, einmal, ja, man muss halt, glaube ich, in die scharfe Paparoni beißen, ohne irgendwie durchzudrehen. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann kriegt man irgendwas dafür. Was, weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht geguckt. Nur, dass man den Wettbewerb machen muss. Und dann gucken wir mal. Äh, hallo? Ist es da? Das, das Schild, da, das Schild hätten wir uns angucken müssen. Ah, okay. Bist du Pirat genug für die Fugujo-Lokia-Herausforderung? Das hätten wir jetzt wissen müssen und jetzt können wir den Barkeeper auch drauf ansprechen. Alles klar. Hey, WP. Da, genau. Erzählen Sie mir etwas über die Fugujo-Lokia-Herausforderung. Ah, sind wir etwa ein Connoisseur exotischer kulinarischer Freude? Ähm, ja? Dann haben Sie gewiss schon von der Fugujo-Lokia gehört. Der schärfsten Paparoni der Welt. Oder der kommenden. Ach, die Fugujo-Lokia. Ich konnte vor vielen Jahren ein Exemplar dieser Art, dieser Fugujo-Peparoni von einem dreibeinigen Piraten namens Ord erstehen. Ich gewann sie, weil ich meine Zunge für ganze zehn Sekunden an die Peparoni halten konnte. Wie, ausgefallen? Seit diesem Zungenvernichter-Tag habe ich geschoren, diese Peparoni dem ersten Piraten weiterzureichen, der es schafft, seine Zunge für elf Sekunden an die Fugujo-Lokia zu halten. Mhm. Ja, probieren wir das bald. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Okay, Paprika. Jetzt zeige ich dir, wer dein Meister ist. Okay, Memo an mich selbst. Die Fugujo-Lokia anfassen ist auch heiß. Ich habe tatsächlich gerade eine Idee. Aha. Wisst ihr noch, was passiert ist, als wir bei dem Marquis de Sange an dem Helm rumgespielt haben? Au. Au, ja. Der eine Knopf hat doch verursacht, dass wir so komisch brabbeln. Also, ich bin rausgegangen, und als ich den Typen angesprochen habe, hat er doch irgendwie so... Irgendwie sowas hat er doch gesagt. Das lag wahrscheinlich daran, dass unser Zug er taub war. Oder? und wenn wir jetzt vielleicht den Helm benutzen und dann zu ihm hinrennen und das nochmal mit der mit der Dings Moment, halt ich glaube wir müssen ihn aber erst drauf ansprechen Moment Moment ich glaube ich muss nochmal zurück weil ich die Glocke ist ja wieder drunter ich glaube ich muss ihn erst drauf ansprechen und da muss er die Glocke hochheben und in der Zeit gehen wir dann da hinten hin also ich könnte mir jedenfalls vorstellen dass das die Lösung ist warte mal mein Gott ist das ein langer Weg und ich will irgendwie noch das hinkriegen dass die Modden Stats Jacke angreifen hm so hinein tada so oder ist das Glas noch runter ne das Glas ist nämlich wieder unten und ich glaube ich muss ihn erst mal drauf ansprechen dass das Glas hochgezogen wird hey WP ja ich würde mich gern der Fugujo-Lokia-Herausforderung stellen hat ich mir doch gedacht sie sind ein Mann der kulinarische Abenteuer nicht scheut meine Damen und Herren wir haben einen neuen Herausforderer woopi woopi genau jetzt geht das Glas hoch ah er gibt uns sogar Zeit dann denke ich mal können wir jetzt mal unsere Zunge präparieren also ich vermute mal dass es das ist au warum sagt er da eigentlich ständig au was ist denn da hm gut äh ich versuche das jetzt weil dieser Helm muss ja auch irgendwie einen Nutzen haben das das habe ich mich letztes Mal schon gefragt was das soll also der eine hat uns geschrumpft der eine Knopf der andere hat uns wie war denn das überhaupt hat uns auf den Kopf gestellt und der andere hat uns blind werden lassen und ich glaube der eine Knopf hat wirklich unsere Zunge betäubt oder jedenfalls wir konnten danach nicht mehr richtig sprechen also irgendwas ist mit der Zunge passiert denke ich mal pass auf ich weiß ich natürlich jetzt nicht mehr ich glaube das war der nicht zuletzt probiert hatte er sagt sogar meine Zunge okay dann gehen wir jetzt mal direkt da hin ich weiß ja nicht wie lange das anhält deswegen beeilen wir uns mal wahrscheinlich ist das nachher Zeit wieder weg kann ich mir vorstellen lauf 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 kleiner Guybrush lauf lauf ich hoffe dass das Glas noch immer runter ist weil sonst war das wieder eine Theorie für die Katz aber ich glaube das könnte so sein aber wozu sollten sie das sonst machen mit der Zunge so oh die Zunge hängt sogar habt ihr das gesehen die hängt sogar bildtechnisch noch raus die Zunge und ran da nie im Leben werde ich diese Paprika nochmal mit nackten Händen aufheben ich hätte die Löwenpfote nehmen müssen ja jetzt ist zu spät ne hängt die Zunge noch aus seinem Mund ne okay dann müssen wir nochmal okay warum passiert das ständig das verstehe ich nicht so ganz ne au was ist das warum passiert das die ganze Zeit warum wird das immer heftiger okay also ich denke mal dass das dann schon richtig ist und dafür brauchen wir also die Löwenpfote die Löwenpfote dient praktisch jetzt als Handschuh oder ah ich würde es dem Spiel zutrauen okay das wollen wir jetzt auf jeden Fall noch lösen das Rätsel aber ich vermute weil das wird jetzt erstmal der letzte Part den ich jetzt aufnehme in dieser Session weil ich dann keine Zeit mehr habe aber vielleicht nehme ich den Rest des Kapitels dann heute noch auf mal sehen weil ich wollte heute ganz gern noch ein neues Projekt anfangen au was hat du mein Sohn wenn wir also ich wollte nämlich heute mit dem Nachfolgeprojekt von Resident Evil Darkseid Chronicles anfangen nämlich Red Ninja End of Honor und da wollte ich nachher zumindest schon mal ein zwei drei Parts aufnehmen mal gucken wie das Spiel so ist aber vielleicht mache ich auch dieses Spiel erst noch zu Ende mal gucken also nicht zu Ende das Kapitel das Kapitel noch zu Ende so das fünfte Kapitel machen wir dann später so rein dann versuche ich das jetzt echt mit der Löwenpfote was soll das diese Lampe leckt Öl nicht irgendein Öl äh Seekuhöl das ist einfach nicht richtig oh jetzt habe ich aus Versehen die Lampe ange ich dreh durch ey Leute ich dreh durch jetzt habe ich aus Versehen die Lampe angesprochen jetzt darf ich nochmal zurück rennen ey wenn dieser Weg nicht so lang wäre gleich ist das Glas wahrscheinlich wieder unten kann ich direkt die Tür anwählen ja kann ich dann renn da mal hin das ist glaube ich einfacher tut mir leid dass ich mich jetzt hier so anstelle aber das ist gar nicht so einfach diesen ganzen Weg zu rennen ohne irgendwas anzusprechen weil so wie er wieder normal reden kann ist ja die Wirkung weg okay nochmal klack au was hat du mein Sohn so Tür oder Ausgang so komm her und jetzt bitte nichts anwählen lauf 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 kleiner Geilbrush lauf so Tür so jetzt bitte scharfes Scheibart Scheibrasch Geilbrush so pass auf äh komm her Pfote mit Paperoni ich glaube nicht dass dafür eine stinkende Löwenpfote gut ist Och Mann Ah ja ich bin so doof er hat es ja beim letzten Mal sogar noch gesagt oh ihr wisst was ich meine also oh das tut mir jetzt echt leid dass ihr den Scheiß hier immer wieder angucken müsst ähm er hat doch gesagt ja mit diesem Haken würde sich die Paperoni super greifen lassen nur leider ist das Glas im Weg äh nein du sitzt da lang das wird aber jetzt das letzte Mal ich kann den Weg bald selbst nicht mehr sehen so komm ja ich dachte echt dass er die Löwenpfote vielleicht irgendwie als Handschuh benutzt also gut noch einmal den Helm benutzen so äh Au was hat er tun mein Sohn so raus hier okay und lauf Geilbrush lauf 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 stand vorbei nicht da ja da ist der Balken nämlich dazwischen gekommen und deswegen hatte ich damals die damals die Möwe angeklickt oder so so nimm den Haken mit der Paperoni jetzt kommen bitte ach äh nun breche meine Balustraken gut gemacht Captain Threewood sie haben den Fugitsche Lukia erobert und das Recht ihn zu behalten ich verdanke alles gesundes Essen und ooooooooh ich werde vermutlich dauerhaften lingualen Schaden davon tragen aber es hat sich total gelohnt dass ich mir diese Paperoni gekrallt habe ja wir haben die Paperoni aber ich weiß doch gar nicht was wir damit machen wollen ehrlich gesagt wenn ich mir das Ding nur ansehe brennt meine Zunge ja ich habe jetzt was ganz ganz scharfes aber das will doch der Dings hier nicht haben ich glaube ich sollte mich zunächst an die ersten zwei Gänge des Festessens machen bevor ich den dritten Gang anpacke ah das ist also der dritte Gang und warte mal ist die Löwenfote dann auch ein Gang mal eben kurz gucken ich glaube ich sollte mit dem ersten Gang des Festessens beginnen okay das sind schon mal zwei Gänge des Festessens so äh jetzt müssen wir aber immer noch versuchen die Mücken ähm äh die Motten anzulocken tja was machen wir denn mal das muss nicht beleuchtet werden wo kriege ich denn eine neue Glühlampe her ach das ist eine deswegen der Teppich ist statisch aufgeladen deswegen kriege ich hier mal eine gewischt das muss nicht beleuchtet werden ne aber ich kann es vielleicht wieder aufladen ausgebrannt äh gut die Lampe ist ausgebrannt das hilft natürlich noch nicht weiter ne wofür könnte der aufgeladene Teppich noch nützlich sein nachdem die Lampe jetzt tot ist ist sie nichts weiter als ein großer kitschiger Briefbeschwerer gut dann lassen wir das aber vielleicht kriegen wir das irgendwie noch hin ich werde noch mal ein paar Minütchen eben bei Stan verbringen und Stan muss also wir müssen die Motten irgendwie zu Stan bekommen Pockenwolke können wir Stan irgendwas geben oder ihn einschmieren mit irgendeinem Zucker das glaube ich nicht da ich hätte er will können die Bezucker beschmeißen um ich glaube nicht das ist die gehen ja mehr nach Licht aber ich habe kein Licht gerade es wäre lustig zu sehen wie sie entlaufen aber es ist der Pfütze stecken aber nach dem dritten oder vierten Mal ich hab's eigentlich ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's die Lechak die Lechak Figur leuchtet doch die Lechak Figur leuchtet doch äh ja kann ich mir nochmal den Krimskrams von der Voodoo Lady und Lechak ansehen? die fallen einem ins Auge, was? und jetzt Lechak, komm was ist das da? das ist unsere Lechak und das verfluchte Schwert von K-Flug-Puppe wenn du den Knopf drückst, siehst du den besonderen transformierenden Glanz was ist das? das ist etwas hell ja, wir arbeiten noch dran komm ja, oh, es hat geklappt hey, was haben wir denn da? einen Fanclub verrückter Insekten? ouch hey, lass das verrückte Klapperviecher das au tut weh mein au lieber ah Herr O Gesangsverein au 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 hey, das war vielleicht ein Erlebnis, hm, Freepod? zum Glück hat der alte Stan immer ein paar Reservejacken im Büro, sonst müsste ich meine Mandanten hüllenlos verteidigen genau genommen wäre das doch ein Hit Stan S. Stanman, nackter Rechtsanwalt des Vertrauens sie haben nichts zu verbergen, und er auch nicht ähm genug geplaudert, Freepod, ich muss jetzt Visitenkarten drucken sehr schön da liegt Stoffrest süß haha sehr geil jetzt haben wir ja endlich die erste Zutat also die Serviette mit dem Schwamm ok als ich davon träumte ein mächtiger Pirat zu werden hatte ich mir nie vorgestellt dass ich eines Tages Servietten die ins Auge springen und den nicht existierenden Hals eines mystischen Schwammes binden würde ja jetzt gucken wir uns das Rezept an und falten das wohl nochmal, ne das ist der erste Gang achso, ich muss das auf ne, muss ich das auf verschiedene Weisen falten ähm ich hab nur obere Falz und unterer Falz wie krieg ich denn achso, ich kann das hier anklicken vierter Gang zweiter Gang als Vorspeise wird Dschungelfleisch gereicht das riecht wie Füße und nicht eingeseitzt ok ich weiß schon welches das ist das ist jetzt die Pfote haha komm schon kleiner Schwamm ist das stinkende Antiposter guter Schwamm so dritte Zutat vor dem Hauptgang reinigt der Gaumen was ist die Gaumen der Geschmack muss einen umhauen das ist die äh Peperoni würde ich sagen haha gut dass der Schwamm keine Zunge hat sonst würde ich die jetzt ins Meer halten sehr schön nächstes Rezept mal gucken wie weit wir kommen vierter Gang der Hauptgang wird nicht ohne Aufregung gehen nutze die Kraft um den sechsten Sinn zu sehen wir hören ne äh ich guck mal bei der fünfte Gang frisch geschwollen ein Nachtisch ganz fein eine Berührung so scharf wie eine Pein Berührung Hand das letzte das Mal beendet ein befreiender Schrei und ein lauter Rülpser sei auch dabei also der vierte Gang ohne Auf vierte Gang wird nicht ohne Aufregung gehen nutze die Karte um den sechsten Sinn zu sehen achso ähm den sechsten Sinn ha wahrscheinlich nicht einfach stumpf die Karte ne ja da muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen aber der Part ist eh zu Ende mal gucken vielleicht machen wir uns dann nachher nochmal ran äh ich bin jetzt schon gewillt weiter voranzuschreiten und äh ja dann sehen wir uns im nächsten Part wieder euer Alex sagt ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020